Hier habe ich deine Vorräter. Danke, AJ. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Leg sie einfach bei der Tür ab. Also darf ich nicht rein? Wir bereiten hier eine geheime Operation vor. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Ich darf niemanden reinlassen. Adler! Adler! Hilfe! 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 Für mich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ähm, Amita schickt mich. Anscheinend haben Sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Das ist ein Tierbau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020